Wir wünschen uns, dass egal welche Schwierigkeiten zwischen Ländern auftauchen, dass wir Völker gemeinsam in Freundschaft bleiben und dass wir mit gegenseitigem Respekt und Liebe weiterhin zusammen leben. Dieser Aufruf ist von Alanya und von uns allen. Wir wollen anstatt Spannungen wollen wir Verständnis. Wir wollen kein Hass. Wir wollen Liebe. Wir wollen kein Krieg. Wir wollen Frieden. Das wollen wir. Die Freundschaft siegt.